Zu krass. Oh Panda! Oh nein, was? Ey, vielen, vielen Dank. Vogel! Habt ihr das gesehen? Vogel einfach an der Terrasse vorbeigeflogen. Sturzflug! Chat, so kurz am Bildschirm vorbeigeflogen, ohne Spaß. Ihr habt ihn, glaube ich, gehört, oder? Hey, guck es dir an. Es macht keinen Spaß, Mann. Es macht keinen Spaß. Es macht keine Verteidigung, Mann. Digga, es ist kein Schwanz da. Das fackt mich so ab, ey. Nein! Er trifft le... Boah, so... Ey, was soll das? Irgendwas, Nani oder so. Nani! Ich glaub's nicht. Irgendwas geiles drin, oder so. Nani vielleicht. Ja, moin, ey. Oh mein Gott, Nani und die Maria. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter! Ich hab so was noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist eigentlich auch ne gute Abwehr, ne, mit diesem Lec-Lec-Lec-Lec-Lec-Lec-Lec-Lec-Lec-Lec-Lec-Lec. Boah, Skorpion-Thor, Klipp! Ja, ist klar. Das kann nicht wahr sein. Der Gegner war jetzt natürlich schon sehr schmach, das muss man dann auch wieder sagen. Ich finde es auch geil, dass mein Außenverteidiger immer tiefer stehen als meine Innenverteidiger und dadurch alles komplett abseits aufgerufen wird. Boah, was ein Freistoß! Erik, der Cheat hat geklappt. Also wenn du eine Chaya da hast, dann auf jeden Fall Alexa, rein in die Olga. Besorgt es ihr ordentlich Big Daddy. Wie läuft WL Leandros? Guck dir das bitte an und dann weißt du, wie WL läuft. Wir starten mit einem Premium-Goldspieler-Pack, rein da, rein da Chat, let's go. Hey Leute, ich brenziere, euer Mirza. Walk out! Walk out! Walk out! I can't! I can't! I can't! Da! Oh my god! Shit! Shit! Moments! Ist das... Ist das Moments? Nein! Das ist leider ein bisschen auseinander gefallen mit der Zeit. Wir haben meiner Mama eine eigene Karte von mir erstellen lassen. Guck mal! Wie ich da aussah! Wie sehe ich denn wieder aus? Hihihi! Und da war ich einfach Trinidad und Tobago. Das ist so sick! Das ist so sick wirklich! Das ist einfach nur so sick! Ich kann keinen Zweikampf führen! Es geht einfach nicht! Es ist Anstoß und ich kann keinen Zweikampf führen! Jedes Match! Es ist ein Scheiß-Anstoß und es ist unmöglich, einen verkackten Zweikampf zu führen! Weil ich das Scheiß-Game jetzt nicht will, Mann! Meine Fresse! Ja, 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 bla 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 Oh, Bruder, was mit Porni los? Fuck who? Nein, R9! Du bist scheiße! Du bist scheiße! Du bist scheiße! Du bist scheiße! Wie macht er denn nicht rein? R9! 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 Aber egal! Ich mach's dir ein richtiges Drecks-Tor! Einfach weil's... Einfach weil's verdient ist! Tu? FIFAR ist so kaputt! Oh Gott! Wohin Gott! FIWEN VIEN! FIWEN VIEN! FIWEN VIEN! FIWEN VIEN! Oh mein Gott! Chat, irgendwie meine Spieler rauslaufen. Ach, scheiß drauf. Ich kann kein Deutsch. Boah, schönes Tor. Dann, jemand bietet 8 Euro, 8 Euro, nee, 12 Euro irgendwas. Oder 16 Euro irgendwas. Ich sag, Mom, da hat mich jemand überboten mit 16 Euro. Kann ich da bitte drüber gehen? Ich sag, ja, aber biet nicht mehr als 16,50 Euro, gell? Echt so chillig, mach ich. 16,50 Euro krieg ich hin. Geh an den Computer. Finde dieses Punkt, dieses Punktzeichen für Komma nicht. Hab einfach vergessen ein Komma einzugeben. Hab dann 160 Euro oder sowas geboten. Da hatten wir einfach dann 160 Euro auf so ein Cowboy-Kostüm. Für, für Fasnacht. Weil ich das Komma nicht gefunden hab oder irgendwie verkackt hab, das Komma einzugeben. Junge, Junge, Junge waren die Sau auf mich. Hilfe waren die Sau auf mich. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich dachte, ich werd jetzt zur Adoption freigestellt. So. Hundi, Hundi. Wuff, wuff. Wuff. Wisst ihr eigentlich, dass ich einem Hund sehr gut nachmachen kann? Hundi, Hundi. Eins, zwei, drei. Hundi, Hundi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020